Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer, zur nächsten Runde von rotierenden Geistern und der Kampagne der 3000. In diesem Match spielt die 9. Legion mit den Vampirfürsten, dem Paar von Karstein mit Resen of Enrage und ein Noli, der eingesprungen ist für einen anderen Teilnehmer, der nicht mehr aufgetaucht ist. Unter dem Namen die 9. Legion gegen Iso, Blackproxy und Mr. Gulasch, die Kampfkommando immer voll, unter den Norska mit, wo ist er, wo ist Throck, irgendwo muss hier Throck rumlaufen, da, unter Throck in die Schlacht führen. Ich habe von beiden Spielern ein Replay eingesendet bekommen, sehr schön, deswegen weiß ich jetzt nicht, nicht, welches hier das Siegesreplay war, welches Team gewonnen hat. Wir sehen auf der rechten Flanke bereits ein erstes Vorhutscharmützel, die Frostgeister, direkt in der Position der Chaos-Barbar-Dreiter mit Wurfechsen positioniert. Sehr gefährlich, diese Stellung für so eine Vorhut-Fernkampfeinheit, vor allem, weil sie auch nicht so viel dafür haben, in Vorhut positioniert zu werden. Wenn sie etwas Pech haben, werden sie innerhalb von Sekunden vom Spielfeld vertrieben. Übrigens, das ist eine Unterweltschlacht. Moment, ich zeige euch mal ganz kurz den momentanen Status. Die letzten Unterweltschlachten wurden bereits geschlagen. Hamsterhannes, die verrückten Erpel und gegen, 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 gegen sind weiter. Und jetzt kommt die letzte Unterweltschlacht. Neunte Legion gegen Kampfkommando immer voll auf MS Bergkamm. Anschließend wird die Karte gewechselt und die Sieger des ersten Unterwelt-Matches treten kann liegen gegen die Verlierer aus der Oberwelt an. Aber genug davon, gucken wir uns die Armee-Kompositionen an. Und wir sehen gleich etwas sehr, sehr Feines. Nämlich viele, viele Ritter, Kavallerieinheiten im Wald. Zweimal Blutritter und zweimal Fluchritter mit Lanze und Harnisch. Und ein sogar dreimal Blutritter. Ein massives und starkes Kavallerie-Kontingent. Und hier natürlich nochmal die Frostgeister-Sensenreiter. Hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass sie mehr Schaden machen. Aber mit 29 Nahkampf-Angriff kommen sie gegen 26 Nahkampf-Abwehr. Das ist jetzt okay, aber das ist jetzt nicht wirklich gigantisch. Ich bin gespannt, wie sich dieser Kampf entwickelt. Ihre Moral ist ja schon gesunken. Der Rest der Armee der Vampirfürsten besteht aus Skeletten, Verfluchten, Verfluchten und mehr Verfluchten, haufenweise Verfluchten und Skeletten an der Flanke sowie vorne noch ein paar Zombie-Regimente, die ideal dazu geeignet sind, gegnerische Nahkampfeinheiten für lange Zeit zu binden und auch Fernkampfeuern zu absorbieren. Und generell stören sie einfach nur unglaublich mit sehr viel Lebensenergie und sehr vielen Modellen. Verfluchte, eine gute Frontlinien-Einheit, Infanterie mit recht hoher Nahkampf-Abwehr. Silber und Schilden halten sich normalerweise ganz gut, aber sind nicht die besten Schadensverursacher. Wenn sie hier allerdings durch so einen Leichenkamm mit unheiligem Sog unterstützt werden, der Nahkampf-Angriff und Abwehr bufft und regeneriert, sind sie natürlich noch ein bisschen besser drauf. Verfluchte mit zwei Handwaffen im Hintergrund, Skelettspeerträger, die Steuermänner, das beste der verfluchten Regimente, wenn es ein Damage-Dealer-Regiment gibt, dann sie. Und im Hintergrund nochmal ein Wargolf und ein Mortisschrein, also eine sehr starke Infanteriestreitmacht auf der Seite der grünen Vampirfürsten und die blauen nehmen sehr, sehr viel Kammlerien mit. Hier oben fliegt Isabella von Karstein, denn es ist ja die Karstein-Armee, die hier kämpft. Sie hat die Anrufung von Heck, Nagas Todesblick, Tote erwecken und den Seelenwind dabei, eine ganze Menge Zaubersprüche, kann gegnerische Einheiten, debuffen für 44 Sekunden, das ist ziemlich stark, der Regulierung gegen den Nahkampf-Angriffes und Heilen, sowie Vlad von Karstein, der die, was hat er, hat er die gleichen Sprüche dabei? Na, guck mal, guck mal kurz rein. Na, er hat den Fluch der Jahre dabei sehr gut, um das Kavallerie-Regiment zu unterstützen, auch Meister der Täuschung und den Karstein-Ring für erhöhte Schadensresistenz. So weit, so gut. Also wir haben eine starke Kavallerie-Streitmacht auf der rechten Flanke und eine recht stabile Frontlinie auf der Seite der Vampirfürsten. Meiner Meinung nach sollten sie hier nicht die großen Lücken lassen, vor allem nicht gegen so eine nahkampfstarke Armee wie die Norska. Mortis Engine könnte hier allerdings eine sehr gute Wahl sein, wenn sie nicht von den Barbaren mit Wurfsperren zerschossen wird. Die Norska kommt mit einer sehr, sehr lang gezogenen Frontlinie aus Barbaren-Berserkern, ein paar Barbaren mit Zweihandwaffen und noch mehr Barbaren-Berserkern, Barbaren, alles voller Barbaren-Berserkern in der Frontlinie. Und klar, wenn zwei Norska-Armeen hier zusammenkommen, kommen eine Menge Barbaren-Berserkern zusammen. Ha, Redundanz. Wer liebt sie nicht? Allerdings sind die Barbaren-Berserkern nicht die stärkste Einheit gegen gegnerische gepanzerte Einheiten, was bedeutet, sie könnten gegen die Verfluchten doch ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Allerdings sind im Hintergrund noch ein paar Fimierkrieger mit Zweihandwaffen positioniert, so wie es aussieht, allerdings nur auf der linken Flanke. Die werden die Rüstung der Vampirfürsten-Verfluchten senken um 30, das heißt, dann haben sie keine 90 mehr, so nur 60 und dann kommen die Barbaren-Berserke hier gnadenlos durch. Trog mit Bonus gegen Groß macht sicherlich genug Schwierigkeiten, da die Vampirfürsten keinen Fernkampf haben, würde er ordentlich genug draufhauen, genauso wie der Barbaren-Häuptling, der hier im Hintergrund aus seinem Mammut durch die Gegend läuft. Ein Schamanen-Zauberer mit brennenden Schädeln gegen langgezogene Linien, gegen gegnerische Generäle und flammende Schwerte für den Magieschaden, falls Geister dabei sind, obwohl die Nause-Geister nicht so richtig brauchen. Die Fimierkrieger mit Zweihandwaffen sind eigentlich die Alles-Töter, nicht nur machen sie Panzerbrechenden und magischen Schaden und Bonus gegen Groß, sie reduzieren auch gegnerische Panzerungen, man kann sie eigentlich immer mitnehmen. Aber damit nicht genug, es sind noch ein paar Barbaren-Jäger im Hintergrund und die Rohnung des Hundes, nochmal ja, Barbaren-Berserker und ein weiterer Feuerzauber mit den gleichen Sprüchen, die wir vorgesehen haben. Ein paar norskanische Eiswölfe, ein bisschen gefährlich gegen die Vampirfürsten wegen ihrer niedrigen Führerschaft und dazu noch ein paar Barbaren-Speerträger. Sehr klug von den Norska ein paar Barbaren-Speerträger in ihren Rücken zu stellen, damit sie nicht ganz so anfällig sind für Angriffe von gegnerischer Kavalerie. Es ist allerdings schon eine sehr lange Frontlinie, die hier geschützt werden muss. Hier haben wir noch die Chaos-Barbaren-Reiter und ein paar Hunde gesehen. So weit, so gut und der Kampf beginnt jeden Moment. Die Norska waren eindeutig viel schneller dabei, über den Hügelkamm drüber zu marschieren und ich würde an der Stelle der Vampirfürsten den Kampf hier auf dem Hügelkamm, den Weg nach oben nicht annehmen. Es sieht so aus, als genau die Norska warten auf den richtigen Moment, um in die Zombies reinzuspringen mit ihrem Angriffsbuss. Linie der Norska, ein kleines bisschen durcheinander, habe ich das Gefühl. Und es geht los. Oh, diese Speerträger werden zerrissen. Oh, meine Güte, 30 Modelle durch den Angriff bereits vernichtet worden. Ich glaube, die Verfluchten hier auf der Seite werden mehr Glück haben. Und jetzt sollten diese Verfluchten mit in den Nahkampf, wenn die Zombies hier schon beschäftigt sind. Uh, sonst kriegen die Barbaren-Berserker gleich zweimal ihren Angriffsbonus. Auf der rechten Flanke, Vargürf, leider ohne Unterstützung im Kampf, verflucht mit zweit Waffen, ein bisschen in einer engen Situation, weil sie von den Panzerbrechenden Norskanischen Eiswürfen angegriffen werden. Und jetzt kommt auch noch das Mammut, um ihnen den Rest zu geben. Oh, wir sehen den ersten Flammenschädel, aber gegen gepanzerte Einheiten macht er nicht so viel Schaden. Deswegen Glückhaft für die Vampirfürsten. Eher weniger Glück für die Norska, die der flammende Schädel jetzt... Ja, der hat doch bei denen nicht viel Schaden gemacht. Insofern relativ egal. Was das Entscheidende sein wird, wird das Cavalry-Micro-Management hier sein. Und diese Kavalerie muss jetzt so schnell wie möglich aktiv werden, um die Sensenreiter zu unterstützen. Und diese Blutritter, warum ist nur ein Regiment vor? Die müssen alle vor. Und hier Micromanagement-Fehler. Die zwei Armeen haben sich beim Vorrücken nicht abgestimmt. Und deswegen hängt jetzt hier hinten diese wichtige Leichenkarre mit unheiligem Sog hinten rum, anstatt in der Frontlinie zu unterstützen. Und die Mord, der Mord, sie schreit auch nicht nah genug an der Frontlinie dran. Die muss genau hier sein, um alle Regimente um sie herum immer zu beschädigen mit ihrem Zauber. Und wo bleiben die beschworenen Zombies? Wo bleiben die Anrufungen von Nehek, um die Verfluchten am Leben zu halten? Die Verfluchten machen es nicht lange. Trolle schlagen brutalst auf sie ein. Oh, meine Güte. Und sie beginnen bereits zu zerfallen. Diese Verfluchten können hier den Berg hoch gegen diese Übermacht nicht bestehen. Die Steuermänner wahrscheinlich schon. Wenn es einen guten Zeitpunkt vielleicht für einen Todeswind gäbe, dann hier. Das wäre eine ganz gute Sache. Hat sich die Kablerie mittlerweile aus dem Wald rausbewegt? Nein! Doch jetzt, jetzt kommt sie hier raus. Jetzt kommt sie hier raus. Doch möglicherweise ist der Kampf bereits gelaufen. Auch der Leichenkahn bewegt sich mittlerweile nach vorne. Genau wie der Mord zu schreien. Aber es ist schon zu spät. Es ist fast schon zu spät. Und die Verfluchten bereits am Zerfallen. Die kann hier keiner mehr retten. Und die Norweska haben eine Flanke der Vampirfürsten völlig problemlos durchbrochen. Weil einfach so viel Geld in diese Kablerie reingesteckt worden ist. Da war so ein ganzer Armeewert an Geld in diesen fünf Kablerie-Regimenten, die dort ursprünglich waren. Eigentlich sechs zusammen mit den Sensenreitern. Und dadurch ist es zu einer Situation, zwei Armeen gegen eine hier am Hügel gekommen. Und Überzahl siegt. Überzahl siegt, wie wir hier wieder sehr eindrücklich und eindrucksvoll gesehen haben. Die fehlende Kavalerie wurde unbedingt im Laufe dieses Kampfes benötigt. Und sie war nicht da und die Mord zu enden hat auch nicht geholfen. Und das ist nicht mehr für die Vampirfürsten zu retten. Vor allem, weil sie ihre größte Stärke, nämlich Angriffe in den Rücken des Gegners, jetzt nicht mehr einsetzen können. Eine extrem gute Taktik, um solche Kablerie-Schockangriffe einzusetzen, ist es, mit den Vampirfürsten der Kablerie in die Flanke oder irgendwo anzugreifen. Und dann zu verhindern, dass gegnerische Kablerie oder andere Infanterie-Regimente sie unterstützen, indem man Zombies in den Weg der gegnerischen Einheiten beschwört. Das ist jetzt hier, so wie es aussieht, noch nicht passiert. Stattdessen kommt ein Fluch der Jahre, der jetzt hier in diesem Fall allerdings auch nicht wirklich so extrem sinnvoll ist. Ich glaube, eine Anrufung von der Heck wäre hier deutlich besser gewesen. Die Blutrotter werden von allen Seiten eingekreist und zermordet. Ja, und Trog und sein Freund auf Mammut kümmern sich hier um den Mord zu schreien. Ja, das kriegen sie hin. Pikes zu fliegen, aber die werden hier auch keinen großen Unterschied mehr machen im Rahmen dieser Partie. Das war ein grandioser, völlig überrennender Sieg für die Norskar. Die Vampirfürsten haben ihre Armeen nicht ausreichend miteinander abgestimmt, um ihre ganzen Geldmittel rechtzeitig zum Tragen zu bringen. Das Fehlen der Kavallerie war extrem schmerzhaft. Wenn diese fünf Regimente, also vorher waren es fünf, gleichzeitig in den Rücken der Norskar gestürmt werden, oder einfach nur frontal rein. Barbaren Berserker nehmen sehr viel Schaden von vorne, wenn sie angegriffen werden. Hätten sie enormen Schaden verursacht. Dadurch, dass sie nicht dabei gewesen sind, bis die Armee von Ainoli besiegt war, konnten sie hier kaum noch etwas retten. Das war sehr schade. Auch ein großer Vorteil für die Norskar war, dass sie zuerst auf dem Hügel waren und den Weg hinunter angreifen konnten. Hier hätte ich mich anstelle der Vampirfürsten lieber zurückgezogen, um von der Flanke her anzugreifen. Die Vampirfürsten hatten durch ihre Zombie-Beschwörungen und den Todeswinn schon diverse Möglichkeiten, um die anstürmenden Norskar zu beschädigen. Das hat allerdings alles, wurde nicht eingesetzt, Heilsprüche und Zombie-Beschwörungen wurden nicht richtig eingesetzt. Die Kavallerie war nicht richtig dabei. Und das alles hat dazu geführt, dass die Norskar einfach hier gnadenlos über die Vampirfürsten drüber gelaufen sind. Und so kann es gehen. Ich bedanke mich trotzdem bei Redzenoff in Rage und Ainoli für dieses Spiel. War natürlich eine schwierige Situation, weil das hier wieder ein neues Team war mit Ainoli, der ganz kurzfristig eingesprungen ist. Deswegen ist es auch vielleicht ein bisschen verständlich, dass sie nicht ganz so gut abgestimmt waren. Und Mr. Good Ocean Brick Proxy haben die Norskar genauso benutzt, wie man sie benutzen sollte. Einfach gnadenlos. Truff. Ich denke, wenn der Kampf für Barbaren-Berserker gegen Verfluchte nicht unbedingt den Berg runter stattgefunden hätte, hätten die sich sicherlich länger gehalten, vor allem wenn er Mordeschreim noch geschützt hätte. Aber so war es für die Barbaren-Berserker ein leichtes. Zuerst die Zombies und anschließend die Verfluchten und dann anschließend noch die Kablerie abzuräumen. GG. Damit ist Kampfkommando immer voll mit Throck und Winterzahn. Der letzte Sieger im ersten Viertelfinale der Unterwelt. Glückwunsch an sie. Die neunte Legion wird den von Karmstein Slider ausgeschieden. Ich bedanke mich. Eure Gegner werden in den nächsten vermutlich zwei Wochen im Rahmen der Oberwelt-Kampagne feststehen. Und dann geht es auch hier im Viertelfinale 1 weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine hochverehrten Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder einen Kommentar. Ich freue mich über jedes und bis zum nächsten Mal.